Mir ist wichtig, dass nachhaltige wirtschaften, weil ich das, was ich von meinen Großvätern und Vorvätern übernommen habe, auch an künftige Generationen weitergeben will. Und ja, alles, was in dem Zusammenhang natürlich damit zu tun hat, macht mir unglaublich viel Spaß. Ich gehe zur Jagd, auch das ist für mich eine nachhaltige Nutzung. Und ich koche gerne, ich esse gerne, und deswegen stehen wir auch hier jetzt in meiner Küche. Ja, die Frage nach dem Lieblingswein für mich ist immer schwer zu beantworten, weil ich habe eigentlich zwei. Wir haben zwei Monopolagen im Betrieb, einmal den Hochheimer Königin Viktoriaberg und zum anderen den Wickrer Nornberg. Und beide sind wie Bruder und Schwester oder wie Ying und Yang. Wir haben einmal den noblen Aristokraten oder die Aristokratin fein, elegant, gelbe Früchte und auf der anderen Seite den Nornberg mit seiner unwahrscheinlichen Power, seiner mineralischen Kraft, der sehr, sehr lang am Gaumen ist, viel Druck am Gaumen erzeugt. Und je nachdem, wie ich so drauf bin, je nachdem, was es zu essen gibt, entscheide ich mich für den einen oder für den anderen. bin ich auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020